Was geht meine Partybübel und herzlich willkommen zum besten Kanal auf ganz, ganz YouTube! Ich kann nicht fahren, Sibir, ich kann nicht fahren! Jetzt ist gut, Mann, Alter, lass mich doch mal spielen, bitte! Ja, ich hab einfach irgendwas ausgewählt! Sei jetzt mal ruhig, Mann, lass mich mal konzentrieren jetzt hier! Ich steh hier den ganzen Tag! Sei doch ruhig, ich krieg ihn nicht rein, mein dummer Traktor, Mann, was ist denn das? Das ist doch safe und fendt oder so. Let's! Boogin' Go! Wir spielen heute wieder mal Landwirtschaftssimulator mit dem Sebi, aber nicht das gewöhnliche Landwirtschaftssimulator, sondern wir spielen ein Domme vs. Sebi Landwirtschaftssimulator Arena-Modus, wer schneller Ballen stapelt. Und wundert euch nicht, wenn wir manchmal zwischendurch stehend bleiben müssen, weil wir haben das Ganze im Livestream gezockt und ihr habt uns mit gewissen Geschenken zum Stillstand bringen können. Bist du jetzt ready, Sebi? Das ist geil, ey, los geht's! Drei, zwei, eins! Ich mach dich jetzt so platt, Alter! Drei, zwei, drei, zwei, eins! Let's go, Sebi! Ich mach dich jetzt so platt! Okay, ich fahr, ich fahr, ich mach den Gabelstapel an! Kann ich mehrere aufeinander stapeln? Ey, ich krieg sie! So, erstes haben wir. Muss das clean werden oder kann das irgendwie drauf? Keine Ahnung! Ey, du, Sebi hat schon das erste drauf? Pfff! Ich auch! Ich mach dich hier kaputt! Bleib ganz ruhig, bleib ganz ruhig, Alter, Leute! Höchste Konzentration hier! Ey, die Steuerung schon wieder! Ruhig, bleib ruhig, Sebi! Nein, ich hau ihn runter auf der anderen Seite! Ne, alles gut! Oh, es hat geleckt, Domme! Cheaten, du cheatest, Domme! Du hast mich die DOS, Alter! Was für... Was für... Was für cheat denn? Egal, es ist Ruhe, 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 Domme! Ey, Domme hat auch schon zwei, Leute! Domme hat schon zwei! Ich komm nicht rein! Scheiße! Okay! Hast du alle runtergeschmückt? Ja, ich häng hier fest in dem Sch... Mann! Mann, ich bin eh schon hinten! Ich hab zwei mehr wie Sebi, ich hab zwei mehr wie Sebi! Nimm das Scheißding hoch! Ich hab zwei mehr wie Sebi! Ey, Domme, mein Gabelstapel funktioniert! Okay, Sebi, okay, Sebi, bleib cool! Wo ist der Sebi überhaupt? Ach, hier drüben ist er! Schau dir hier auf der anderen Seite! Ich mach jetzt den Arroganten, leg den jetzt drauf und dann schauen wir mal Sebi zu! Da drüben ist er! Das ist die erste Runde, Domme, Alter! Schneller! Schneller, Sebi! Seid's mal ruhig, Mann! Lass mich mal konzentrieren jetzt hier! Schneller! Schneller, Stabes! Schneller! Ey, diese... Bullshit! Fahr doch richtig rein! Sei doch ruhig! Ich krieg ihn nicht rein! Das ist mein dummer Traktor, Mann! Was ist denn das? Das ist doch safe und Fendt oder so! Fahr doch richtig rein! Okay, wir stapeln hier clean weiter! Boah, ich kotze hier im Strahl, Mann! Ich kotze hier gleich! Ich kotze gleich! Richtig krass! Domme, ich komm nicht rein mit meinem Ding! Ey, das muss man schön stapeln, sonst hat man kein Blatt mehr! Das ist so ein Dreck, das Spiel, Mann! Ich kotze hier im Strahl, Alter! Das muss man schön stapeln! Schön! Was heißt schön? Ich bin froh, wenn ich das... Ja, sonst fällt hier alles runter! Da jetzt mal ruhig, Domme! Lass mich jetzt mal hier konzentriert arbeiten! So, leg ab! Ich hab fünf, Simi! Ich hab fünf! Wie viel hast du? Boah, ist das gottlos, dieses Spiel, Alter! Ey, nicht den Hänger, Simi! Oh, Janis! Boah, ich kotze! Ich hab den dummen Wagen angefahren, Mann, Alter! Lass mich doch mal ein bisschen... Du wirst dich noch anschauen, Mann, Alter! Das ist die erste Runde! Stopp! Ey, Leute! Ich muss Domme zum Stillstand bringen! Da muss Dauer stehen, Alter! Ja, ich stehe schon, aber du bringst hier nichts weiter! Ey, du hast zwei Ballen drauf, Simi! Ja, weil meine dummen Ballen hier unten drin stecken in diesen dummen Spielen! Das ist doch echt... Ey, ich hab... Ey, Janis! Ey, wie lange soll ich denn stehen? Hanhard! Lass mich doch jetzt mal in Ruhe! Ich muss hier fahren, Mann! Ey, ich kann nicht fahren! Bist du wahnsinnig, oder was? Hanhard! Jetzt ist gut, Mann, Alter! Lass mich doch mal spielen, bitte! Lass mich doch mal spielen jetzt, Alter! Jetzt haben wir wieder fahren! Wie viel Ballen hast du? Domme, ich spiel das nie wieder! Ich spiel das nie wieder! Ich werd hier wahnsinnig, Alter! So, ich leg den jetzt ab! Hol ihn raus! Zieh ihn raus! Er ist runtergefallen! Nein! Ey, Bro! 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 Digga, du machst... Er ist runtergefallen! Ich muss ihn nochmal rauflegen, komm! Ey, Domme, ich krieg hier voll auf den Deckel von einem... Von einem... Von einem... Mann, jetzt fällt der runter! Ey, warum fällt der runter, der Bruder? Ey, ich kotze hier im Strahl, Domme, das ist das Spiel... Oh, Janis, lass mich doch spielen! Ich kann das nicht fünf Stunden spielen, das Spiel! Ey, lass mich doch hier das Game beenden jetzt! Oh, ich hab mir das anders vorgestellt, wirklich! Mit mehr Respekt! Oh, Janis, jetzt hör auf! Degga, ey, ich krieg hier gleich einen psychischen Anfall, wirklich! Ey, Bruder, Hanna! Wer ist wieder auf die dumme Idee gekommen? Alter, ich steh den ganzen Tag hier! Ich steh hier den ganzen Tag! Leute, lasst ihn stehen! Lasst ihn stehen, bis wir das haben, okay? Oh, Degga, ist das gottlos, Alter! Ich kann nicht fahren, Sebi, ey, ich kann nicht fahren! Ey, Sebi, in fünf Minuten ist die Zeit aus, gell? Wie soll ich ein Gummi geben, wenn ich hier ständig stehen bleiben muss? Janis, jetzt beruhig dich doch mal! Degga, ich kann die Geistes die Wege hier bewegen! So, und jetzt mach ich Nummer sechs! Jetzt mach ich Nummer sechs dann Hammerdommen, Alter! Oh, Degga, ich hab den weggeschossen, weil ich so schnell war, Alter, wie ein Löwe! Degga, es reicht doch jetzt, oder? Mann, nimm denn doch ordentlich auf! Ich bin seit fünf Minuten keinen Zentimeter mehr gefahren! Das ist gut, das ist gut, das ist gut! Das ist... Mann, diese Steuerung, echt, wer hat die erfunden? Woll ich gehen, Chef? Nein! Woll ich gehen? Mann, ich bin so schlecht! Ich kann auch gehen, ist kein Problem! Dorme, dieses Spiel macht mich wahnsinnig, ich hau hier was kaputt, Mann! Ich bin der schlechteste Spieler der Welt! Scheiße! Wie kann ich das jetzt ablegen, den Schrott hier? Zwei Ballen in zwei Minuten ist doch möglich, oder? Dorme, mein Tra... Zwei Ballen in zwei Minuten ist doch möglich! Ja, Igor, was soll ich... Ey, ihr seid so gottlos, wirklich! Das ist wirklich nicht schön! So, zwei, hier zwei noch! Ich hab schlecht gestapelt, Sebi! Ja! Kann ich das hier stapeln? Mann, das ist so gottlos, Alter! Ey, das geht! Ich friss hier den Besen! Ich brauch noch einen und ich hab eine Minute! Sebi, ich hol mir das Ding! Ja! Komm! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Wo lege ich den jetzt hin, Chad? Wo lege ich denn den jetzt hin? Wo lege ich denn den jetzt hin? Das ist der letzte! Bitte, Hannah, nicht, nicht, nicht! Ich hab eine halbe Minute noch! Komm, Hannah, bitte! 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 Digga, Hannah, Alter, bitte! Nicht jetzt, nicht jetzt, komm! Lass mich kurz noch gegen Dom jetzt! Ich hab alle acht! Ich hab alle acht, Sebi! Ich hab alle acht! Let's go, Reiter! Hannah, lass mich nicht fahren, Alter! Let's go, Leute! Let's go, wir schaffen das! So, jetzt geht's los! Diesmal, diesmal stapeln wir besser, Freunde! Diesmal stapeln wir besser! Wir machen das richtig gut! Ey, Leute, bitte glaubt an mich! Glaubt an mich! Believe in me! Go! Los, 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 gegen Dom. So, den nehmen wir direkt hier mit. Den nehmen wir hier direkt mit und laden wir hier direkt auf. Den laden wir hier direkt auf. So. Och, nee, der fährt weg, der Wagen, wenn ich ihn anfahre. Mann, ich fahre immer drüber, weil ich glaube, die sind zu... Ich stecke hier fest. Mann, Mann! Ich bin mega konzentriert. Warum bin ich so dumm, ey? Ich sehe nichts! Schaut euch das an, wie ich hier fahre. Wie ein kleiner, junger Gott fahre ich hier. Der frisch vom Olymp kommt. Er lädt nicht ab. Warum lädt er? Er ladet nicht ab. Er ladet nicht ab! Chad Seavis schneller. Das darf nicht sein. Seavis ist der Ball runtergefallen. Let's go! Ablegen. Wir haben vier, wir haben vier. Strohhut. Digga, der hat schon vier, der Brie. Wir haben vier. Aber lass sie reden, ne? Zack, hier rein und hier hoch. Und hoch. Let's go, Jan. Bleib da oben, bleib da oben. Ach, Digga, der ist wieder so lose, Alter. Ach, Diggi. JCB. Lass das, nimm den raus! Zieh ihn raus! Er zieht ihn nicht raus. Warum zieht er ihn nicht raus? Ja, geht doch, ey. Als ob das so schwer ist, ihn rauszuziehen. Mann, warum lässt sich denn immer fallen, dein Bruder, Alter? Gott, im Himmel, ey. Meine Güte, Alter. Ich hab schon sechs, ey. Wir legen das hier runter. Ich muss das so machen. Legen. Oh gut, ich brauch noch eins, Sebi. Was brauchst du nur noch? Ich brauch noch einen! So, wir schauen jetzt Sebi hier ein bisschen zu. Wir sind jetzt arrogant wieder. Konstellation, Sebi. Wo ist denn der Letzte, ey? Ich seh den. Da ist er. Da ist er. Ja, was machen wir jetzt doch mal? Jetzt ist es Gleichstand, oder was? Was für Gleichstand? Du musst doch ins Ziel auffahren. Was ist denn das jetzt hier für ein Ding, Domme? Das kann was werden jetzt. Ist das ein Teleskop, Lara? Du willst hier jetzt in Ego-Perspektive die Rotze machen? Ja, warum hast du den genommen, Domme? Ja, ich hab einfach irgendwas ausgewählt. Domme, das ist unschaffbar in Ego-Perspektive. Aus. Get ready, let's go. Danke, Priska. So, let's go. Als ob das so schwer ist in Ego-Perspektive. Ich stelle mir das nicht so schwer vor, oder? Du musst doch nur hier ganz runter, reinfahren und hoch das Ding. Und dann fährst du mit dem da rüber. Dann legst du das hier ab. Ich fahr fast den Anhänger um. Digga, ist das gottlos. Ich hab fast den Anhänger umgefahren. Oh ja, Eis drauf. Hab den ersten, Jet. Ich hab den ersten. Ich hab den ersten. Und dann packen wir hier in die Ecke. Es ist ja kein Schönheitswettbewerb. Da muss ja nicht wunderschön aussehen. Das muss einfach nur halten. Oh, nice. Zweiten haben wir. Okay, jetzt mal... Och, Mann! Mann, der hängt halt nicht drinnen, der Bruder, Alter. Domi, bitte nicht, Mann! Nein! Nee, der bleibt nicht drauf, oder? Bleibt der so drauf? Okay, Jackie, das haben wir... Der bleibt drauf! Das ist nämlich schon wieder alt, Bruder. Okay, wir machen. Stell es ab hier! Ah, Bruder. Warum ist der so schräg, mein Ding? Ich bin ein Manitou-Fahrer, Alter. So, wo muss ich jetzt hier rein? Mann, ist das gottlos schwer, Alter! So, und hier jetzt rauf. Ah, nein! Nein, ist wieder hoch. Wieder hoch. Komm, Sebi, komm, Sebi. Komm, 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 komm. Sebi! Ich hab mich das ganze Kino angeguckt. Gut. Oh, das war clean, Sebi. Respekt, Mann. Oh, hier ist noch einer. So. Hier ist noch einer. Bitte nicht rollen, Freunde. Komm, Sebi, komm, Sebi. Komm, komm, komm. So, zwei noch. Mann, wie soll ich das da hochkriegen, Alter? Ey, ich krieg das hier nicht hoch. Die Frage ist halt jetzt, wie lade ich hier jetzt auf? Schaut euch mal den Scheiß hier an, was ich hier stapel. Schaut euch das mal an. Auf süß, bleibt doch oben, auf süß. Bitte, bleibt doch. Och, Dickie. Aber auf ganz süß. Auf Zuckersüß. Sonntags bin ich immer in der ersten Slip, Bruder. Komm, komm, komm. Ich mach den hier jetzt rein und den anderen lege ich hier. Oh, nein. Mann, Digga. Oh, nein. Der geht, oder? Der geht. Oh, mein Gott. Okay, wo legen wir jetzt den letzten hin? Einen hab ich noch. Ich bin einfach ein Macher. Warte, ich fahr auf der anderen Seite. Oh, so. So. Wo lege ich den jetzt ab? Kann ich den hier drauf? Okay. Mitnehmen. Kann ich den hier drauf? Ausfahren, dein Arm. Man kann den Arm ausfahren. Wie kann ich den Arm ausfahren, Bruder? Schreib mal rein in den Chat, wie ich den Arm ausfahren kann. Wie kann ich denn? Wie kann ich den Arm ausfahren? Belieben. Rein in die Futterluke. Ja, Mann. Alter, Digga. Ich hab schon wieder verloren gegen Dommemann. Oh, ey. Das war's mit dem Video, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Nettes Kommentar anlassen. Kanal abonnieren. Blocke aktivieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Und Reingehauen. ftps- Märin. Sharif. Das war's mit dem Video. Untertitelung. BR 2018